Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt den Titel wahrscheinlich gelesen, es geht um meinen Challenge Run, den ich mit dem Kanal hier vornehmen möchte. Und ich habe mir gedacht, warum nicht schon Challenge Run machen, warum eigentlich nicht einfach direkt euch einbinden. Mein Ziel ist es eigentlich einen zweiten Account hochzuziehen, dass ich zum Beispiel so etwas wie Windewoge, Eisenblatt und der ganzen Kram zweimal machen kann und mir halt eins tauschen kann, zum selber tauschen dann oder halt eventuell auch, um es in den Living Decks reinzupacken und das Ganze kann man ja auch mit den ganzen Titanen und so machen und einen zweiten Account hochzuziehen. Warum? Einfach so. Nehmen wir mal das Ganze mit einer Challenge und das war mein Gedankengang. Wie ist denn die Challenge gedacht, Leute? Also mein Plan ist es so, ich werde diesen Spielstand nur in Streams weiterspielen im Storyverlauf und ihr könnt mitentscheiden, welche Pokémon ich nutzen darf. Der Plan ist so. Ich werde jetzt erstmal als feste Datums drei Tage streamen. Das ist heute der vierte, dritte, dann der siebte, dritte und der neunte dritte. Das werden die drei Tage sein, wo ich an diesem ersten Mal streame. Falls ich irgendwas ändern sollte, werde ich das ins Community Tab reinschreiben, weil falls irgendwas krasses als News kommt oder so, natürlich Leute, dann wird es da erst was anderes geben, aber das ist ja wahrscheinlich klar. Aber wie läuft das Ganze ab? Also zum Start. Dürft ihr entscheiden, welche Typen ich nicht benutzen darf. Und das immer nach gewissen Ereignissen. Das Spiel startet, ihr dürft mir schon mal zwei Typen dauerhaft für das Spiel sperren. Habt ihr halt die Auswahl zwischen den drei, die es am Anfang gibt. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr sagt, jo, wir sperren dir Feuer und Pflanze, dann muss ich halt mit Quacks anfangen. So. Dann baue ich mit dem Team zusammen maximal immer vier Pokémon, mehr als vier Pokémon. Da habe ich nicht. Und jeden Typen nur einmal. So. Nach dem ersten Orden habe ich ihn geschafft, bekommt ihr eine Abstimmung von allen meinen vier Typen, die ich besitze, also die ich im Team habe. Und ihr dürft davon einen dauerhaft sperren. Das heißt, am Ende dieses, wenn wir alle acht Orden geschafft haben, habt ihr mir insgesamt zehn Typen gesperrt. Acht Orden plus die ersten beiden am Anfang. Es gibt, ich glaube, 18 Typen. Das heißt, ich habe dann maximal noch acht Typen übrig, um mir ein Viererteam aufzubauen für den Champ. Das ist so ein bisschen der Run. Das ist, wie gesagt, jedem Arena Orden die Chance habe, eine Abstimmung mitzumachen, um mir einen meiner Typen wegzunehmen, der dann dauerhaft gesperrt ist. Was ein bisschen das Schwere wird, sind halt Doppeltypen. Natürlich, weil einige Pokémon erst in Endentwicklungen einen zweiten Typen bekommen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, wenn ich jetzt mit Brockel starten würde und ihr würdet mir Feuer nicht sperren, aber mir irgendwann Geist sperren, dann dürfte ich Skidokrog halt nicht haben. Weil Skidokrog ist ja Typ Geist. Da muss ich entweder gucken, dass ich dann damit ewig scheine oder wie auch immer arbeite. Also es wird ein bisschen komplizierter für mich, ein Team aufzubauen, um damit durchzukommen. Es wird jetzt kein Hardcore-Challenge-Run werden, das möchte ich vorhin auch sagen. Also das ist jetzt nicht so, dass es jetzt der schwerste Run des Jahres wird. Aber es ist halt so für mich der Gedanke, ich muss es eh einmal durchspielen. Ihr könnt ein bisschen mitwirken, wenn ihr Bock drauf habt, mich so ein bisschen zu quälen, meine guten Pokémon immer zu sperren. Und ja, alles so ein bisschen gemischt. Ich finde es eigentlich ganz cool. Alle haben ein bisschen was davon. Seid gerne dabei. Der erste Stream, wie gesagt, ist am 4.3., oder der Samstag, nachdem das Video hier online gegangen ist. Und da könnt ihr, solange der Prolog startet, mit abstimmen, welchen, ja, welchen Starter ich wählen darf im Endeffekt. Weil ihr die anderen beiden Typen ja sperren dürft. Bin immer gespannt, wie das Ganze abläuft, Leute. Ich hab irgendwie echt Angst, dass am Ende immer, wenn ich ein gutes Pokémon hab, das gute Pokémon weg ist und ich nur mit den Schlechten dann kämpfen muss. Ich seh meinen Starter, zumal ich schon nach dem ersten Orden wahrscheinlich weggebannt. Aber wir gucken mal. Ich finde es ganz lustig. Weißt du, es war cooles Stream, so ein bisschen chillig, mal die Story dann durchzuspielen. Ich hätt Bock drauf. Ich sag auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Seid gerne bei den Streams dabei. Wie gesagt, ich werde die Datums immer ankündigen. Wenn ich mehr als drei Streams dafür brauche, wird es halt, wie gesagt, Ankündigungen geben. Hängt immer davon ab, weil ich ja auch viel News-Content bringen möchte. Wenn natürlich am Dienstagvormittag der neue Titan enthüllt werden würde, der aber auch schon Dienstag da ist, was keinen Sinn ergibt, aber nur als Beispiel, dann wird natürlich der Stream-Dienstag dann eher um den Titanen gehen, wisst ihr Leute. Das ist ja klar. Aktueller Content geht vor. Aber zur Zeit ist es so, wir haben diese Woche keinen Titanen. Wir haben Zeit. Also ich sag vielen Dank, Leute. Seid gerne dabei. Wir sehen uns später hoffentlich im Stream. Bis dann und ciao.